Heute geht es um dieses Logo, was ihr da oben seht und wenn ich scrolle und die Hintergrundfarbe sich verändert, dann seht ihr, dass mein Logo sich mit animiert, wie eine Maske quasi die Farbe ändert. Das Ganze ist richtig cool, einfach nachzumachen und in den nächsten Minuten erkläre ich euch, wie genau das funktioniert und wie ihr es bei euch einbauen könnt. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Wie ihr gerade gesehen habt, werden wir einen richtig spannenden Header-Effekt bauen. Dafür brauchen wir insgesamt die JavaScript, HTML und ein bisschen CSS hier mit dem Pre-Processor Sass. Alles, was wichtig ist in diesem Tutorial, werde ich erklären. Wenn ihr dennoch Fragen oder Probleme habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Discord. Da könnt ihr Community joinen, Fragen stellen, Fragen beantworten, euch mit Gleichgesinnten austauschen und ansonsten legen wir jetzt los. Viel Spaß, auf geht's! So und los geht's wie immer mit einer kleinen Erklärung meines Setups. Prinzipiell seht ihr hier in der Seite meine Entwicklungsumgebung, die ist in der Videobeschreibung verlinkt, da erkläre ich das alles. Ansonsten sehen wir hier Visual Studio Code und hier in der Seite sehen wir Chrome. Ich habe für dieses Tutorial auch nichts vorbereitet, außer dass ich hier zwei SVG-Dateien, einmal Logo Black und einmal Logo White hinzugefügt habe. Ihr braucht natürlich auch eure Logos oder eure Elemente, die ihr in eurem Header darstellen wollt, in den beiden Farben, die ihr benutzen möchtet. Aber ansonsten werden wir jetzt loslegen und weiter geht's! So und los geht's als erstes mit dem Erstellen einiger Sections. Hierfür zeige ich mir ein Objekt, das nennt sich Section und jede Section bekommt von uns zwei Klassen. Einmal Custom Section und einmal Black. Außerdem gibt es natürlich dann ein Äquivalent dazu, nämlich dasselbe mit White und das Ganze brauchen wir dann so oft, wie wir Sections auf unserer Seite haben. Ich mache jetzt einfach mal fünf. Das ist natürlich vollkommen optional. Wichtig ist, dass ihr immer die Hintergrundfarbe als Klasse definiert, also Black, White und so weiter. Könnt ihr natürlich auch andere Farben benutzen, wenn ihr das möchtet. Als nächstes gehen wir in unsere Style-Datei und greifen auf unsere Custom Section Klasse zu und sagen hier als erstes, okay, diese Klasse kriegt erstmal 100% der Höhe, sodass wir immer 100% unseres sichtbaren Bereiches benutzen. Außerdem wollen wir ein Border Radius, das ist einfach Geschmackssache und natürlich wollen wir jetzt Hintergrundfarben. Für Black nehmen wir eine dunkle Hintergrundfarbe und für White nehmen wir White. Wenn ich das mache, kann ich jetzt hier scrollen und wir sehen, wir haben hier jetzt einige Sections, insgesamt halt fünf Stück mit den Farben, die ich definiert habe. Damit haben wir den ersten Teil dieses Tutorials schon geschafft und wir können jetzt damit loslegen, unseren eigentlichen Header zu stylen. So, los geht's mit unserem eigentlichen Header. Das erste, was wir hier brauchen, ist natürlich ein Header-Objekt und innerhalb unseres Headers-Objektes brauche ich jetzt eine Div-Box. Diese Div-Box bekommt von uns eine Klasse, nämlich Clip-Outer und eine zweite Klasse Black. Wenn ich mir das erzeugt habe, brauchen wir hier drin jetzt aber noch eine Div-Box mit Clip-Inner und ebenfalls Black. In dem Moment hier drin brauche ich jetzt ein Image und sage, okay, Slash Assets und nehme dann hier aber nicht das Black-Logo, sondern das White-Logo, weil wir wollen ja in unserem schwarzen Hintergrund, in unserem Black-Header quasi, wollen wir dafür sorgen, dass wir ein weißes Logo sehen. Das Ganze dupliziere ich mir jetzt einmal und füge jetzt hier oben statt Black-White ein und unten nehme ich natürlich das schwarze Logo. Wenn ich das gemacht habe, sehen wir jetzt, unsere beiden Logos sind hier sichtbar. Aber was genau ist jetzt unser Plan? Wie funktioniert der Effekt? Grundsätzlich wollen wir so vorgehen, dass wir dieses Logo nehmen und über unser weißes Logo schieben, das alles mittig zentrieren und eine Box um diese beiden Logos drum zeichnen, wo alles geklippt wird, was nicht innerhalb dieser Box liegt. Also wir machen Overflow Hidden und verschieben dann, wenn wir scrollen und einen gewissen Bereich erkennen, also wenn jetzt diese weiße Linie von dieser Section nach oben geht, dann schieben wir quasi das weiße Logo nach unten und das schwarze Logo nach oben, sodass immer nur, wenn wir einen Section-Wechsel haben, ein Teil des jeweiligen Logos zu sehen ist. Wir benutzen also Clip-Outer und Clip-Inner mit Transform, um die Logos zu verschieben. Und dadurch, dass hier überall Overflow Hidden drauf liegt, clippen wir quasi das Logo wie mit einer Maske. Das ist grundsätzlich unser Vorgehen, aber jetzt müssen wir erstmal dafür sorgen, dass unser Logo auch so aussieht, wie wir es quasi aussehen lassen möchten. Und deswegen gehen wir jetzt in unsere Style-S-CSS. So als erstes, wenn wir jetzt mit unserem Header arbeiten wollen, definieren wir eine Höhe und sagen jetzt, okay, ich würde gerne meinen Header ansprechen. Das nächste, was wir hier drin brauchen, ist, wir wollen, dass der mitscrollt. Das machen wir über Position Fixed, Top, Left, Right, 0, weichern das ab. Wenn ich jetzt scrolle, scrollt unser Header mit. Das nächste, was wir machen wollen, der soll über 100% der Weite gehen und die Elemente darin sollen zentriert sein. Wenn ich jetzt scrolle, sehen wir, unsere beiden Logos sind zentriert und der geht über 100% Weite. Außerdem wollen wir eine Höhe benutzen. Das sagen wir jetzt mit Heid für ein Fremd. Und hier sagen wir jetzt, okay, das Ganze soll abgeschnitten werden. Wir sehen jetzt, unser unteres Logo wird schon abgeschnitten. Jetzt kommt unser Clip-Outer ins Spiel. Unser Clip-Outer soll 100% des Headers einnehmen, weil es ist ja vielleicht nicht nur ein Logo in der Mitte, sondern es kann ja alles Mögliche sein. Und wir wollen den gesamten Header klippen. Also auch wenn ich mehrere Elemente habe, würde das alles quasi geklippt werden und sich verschieben. In dem Moment, wenn ich das getan habe und hier unser Clip habe und ich jetzt abspeiche, sehen wir, unser Logo rutscht nach oben in die Ecke, weil er jetzt 100% der gesamten Höhe hier einnimmt. Außerdem wollen wir natürlich, wie gesagt, alles abklippen, deswegen Overflow hidden. Das nächste, was wir brauchen, ist, wir fügen jetzt unseren Inner Clip hinzu und kopieren uns mehr oder weniger diese Zeilen hier oben einfach mal rein, weil wir brauchen einen zweiten Clip, der nicht nur unseren Header verschiebt, sondern nur den Content unseres Headers innerhalb unseres eigentlichen Clips verschiebt. Deswegen müssen wir hier jetzt auch sagen, adaptiere die Höhe von oben und hier drin benutzen wir jetzt einfach nur den Image Tag, um unser Image noch ein bisschen besser zu positionieren. Jetzt haben wir hier unser Bild und wenn ich scrolle, sehen wir, die beiden Logos sind perfekt übereinander zentriert und wir könnten die jetzt überall hier anordnen, sofern wir das möchten. Was wir jetzt brauchen, ist eine ganze Menge JavaScript, um diese Verschiebung zu ermöglichen und deswegen switchen wir da jetzt mal hin. So, los geht mit unserem JavaScript. Das erste, was wir brauchen, ist einiges an Variablen und zwar das erste, was wir gerne berechnen möchten, ist, wie hoch eigentlich unser Header hier ist. Dafür definiere ich mir jetzt eine Variable, ein einfach Header Height, ziemlich passend und sage jetzt, okay, ich würde gerne diesen Header selektieren, einfach mit Document Query Selector und dann auf unseren Header und mit Get Bounding Client Rectangle und Punkt Höhe selektiere ich die Höhe und habe jetzt quasi hier genau die Variable, die die Höhe unseres Headers beschreibt. Außerdem brauche ich später alle unsere Sektionen, die wir haben, insgesamt fünf Stück. Das mache ich auch einfach wieder mit Document Query Selector, aber dann mit All, Punkt und dann Customs Section. In dem Moment, wenn ich das mache, habe ich jetzt unsere fünf Sections selektiert und kann jetzt auch unsere Current Section direkt definieren, indem ich den ersten Wert unserer Section Arrays benutze, um die Current Section zu definieren. Außerdem kann ich sagen, okay, unser aktueller Zustand ist Black, ist True, weil die erste Section ist halt Black. Das könnte man auch dynamisch berechnen, wenn ihr möchtet. Ich mache mir das jetzt einfach und sage jetzt hier True. Das nächste, was wir brauchen, ist, wenn ich in unsere Index HTML gucke, sehen wir hier eine Clip Outer Black, Clip Inner Black, Clip Outer White und Clip Inner White Div Box. Diese Div Boxen müssen wir selektieren. Das brauchen wir viermal. Also wir brauchen jetzt vier Variablen, die unsere verschiedenen Clip Boxen selektiert. Das habe ich mir jetzt einfach mal reinkopiert. Das ist nämlich einfach White Clip Outer, White Clip Inner, Black Clip Outer und Black Clip Inner. Jeweils dann auf die Klassen selektiert, also White mit der Klasse Clip Outer, mit Query Selector und dann halt jeweils für die vier Elemente. Wenn ich das Ganze jetzt abspeiche, haben wir auch schon alle unsere Sektionen, die wir brauchen, selektiert. Und das erste, was wir jetzt machen müssen, ist ein Event hinzufügen. Und zwar sagen wir, okay, wir würden gerne auf unser Document, immer wenn wir scrollen, etwas machen. Hier sage ich jetzt einfach mal Scroll, Test. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal hier in der Konsole angucken und ich scrolle, sehen wir, unser Event wird getriggert. Und das war der erste Step. Jetzt müssen wir überlegen, okay, wie können wir denn die Position berechnen, welche gerade unsere Current Section ist. Weil in dem Moment, wenn wir scrollen, wird ja quasi das hier, ist das hier oben gerade unsere Current Section und das hier ist die Next Section. Und wir wollen jetzt etwas berechnen und zwar, ob diese Linie hier, also die obere Kante der nächsten Section und die untere Kante der aktuellen Section, größer als die Headerhöhe ist und kleiner, also größer als Null und kleiner als die Headerhöhe. Also, ob sie gerade zum Beispiel jetzt sich hier befindet. Weil in dem Moment müssten wir jetzt das schwarze Logo quasi nur bis hier sichtbar machen, also nur der untere Bereich und das weiße Logo hier oben müsste sichtbar sein. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Berechnung, um zu entscheiden, ob gerade dieser Wandel oder diese Überdeckung unserer Section-Übergang gerade mit unserem Header zusammenpasst. Und um das zu berechnen, rufen wir eine Funktion auf und diese Funktion heißt Find Current Section. Die habe ich natürlich noch nicht definiert, das müssen wir unten noch machen, indem ich das jetzt einfach aufrufe und sage, okay, wir gehen jetzt hier durch jede unserer verschiedenen Sections durch und vergleichen hier etwas. Nämlich das erste, was wir hier vergleichen, ist eine Position. Und zwar sage ich jetzt, okay, wir haben eine Position und rufen eine Funktion auf, Get Position. Aber was soll uns diese Funktion, Get Position, zurückgeben? Natürlich von unserer Section die untere Bottom-Höhe, also genau die Pixelanzahl, die sich hier auf dieser schwarzen Linie befindet. Dafür brauchen wir jetzt diese Funktion, die rufen wir hier einfach auf. Und da wir die im Laufe des Skriptes immer wieder brauchen, habe ich das ausgelagert und sage jetzt hier, okay, wir returnen etwas, nämlich unsere Section. Und hier greifen wir jetzt einfach auf Get Bounding Rectangle zu, kleinen Rectangle zu und hier auf Bottom. In dem Moment ist unsere Position, wenn ich das hier mal ausgebe, zack, Position und ich scrolle, dann sehen wir, unsere obere Linie ist 75 und damit halt überlappen mit unserem Logo, weil ich weiß, unser Logo ist aktuell 80, nee, schon gar nicht 100 Pixel hoch, also unser Header insgesamt. Das bedeutet, wir können jetzt unsere Condition hier oben schreiben. Und zwar sagen wir, wenn unsere Position kleiner als unsere Header-Höhe ist und gleichzeitig unsere Position aber größer als 0 ist, also sie auch noch nicht außerhalb unserer Screens ist, dann wollen wir gerne etwas machen. Und zwar sagen wir dann, unsere Current Section ist unsere aktuelle Section. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und ich jetzt mal unsere Current Section am Ende dieser Funktion einfach logge und ich sage hier Current Section, speichere das ab, dann sehen wir jetzt, unsere Current Section ist black und in dem Moment, wenn ich jetzt nach unten scrolle, dann ist es immer noch black, 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 black. Jetzt wird es white, weil unsere Current Section ist die, die gerade aus dem Bild rausgeht und das theoretisch nach oben schieben würde. Was heißt, wir wissen jetzt schon mal, wann genau unser Wandel hier oben eintrifft. Das nächste, was wir jetzt aber brauchen, ist nicht nur das, sondern wir wollen jetzt auch noch so weit gehen, zu entscheiden, ob gerade der Hintergrund black oder white ist. Um das zu tun, lösche ich mal hier den Console.log raus, gehe hier oben hin und definiere mir hier eine neue Condition. Und zwar sage ich unsere aktuelle Section und hier greife ich auf unsere Classlist zu und sage Contains. Und zwar Contains, unsere aktuelle Classlist black, dann soll das Ganze true sein und dann ist unsere Variable is black true und wenn das nicht der Fall ist, dann wird das einfach zu false. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen, Console.log is black und wenn ich jetzt beginne zu scrollen, ist das true, 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 true. Aber in dem Moment, wenn jetzt unsere weiße Kante unser Logo berührt, dann wird es false, weil in dem Moment ist es quasi unser Current Section wird dann zu white und damit ist auch black hier false. Das nächste, was wir brauchen, ist natürlich eine Funktion, um unsere Logos beziehungsweise unsere Headerbox zu bewegen. Dafür brauchen wir eine Funktion get move logos und diese Funktion müssen wir natürlich definieren. Das machen wir hier oben. Zack. Und diese Funktion sagt jetzt als erstes brauchen wir einen Prozentwert. Dieser Prozentwert beschreibt, wie weit dieser Bereich hier unten ist, also wie weit quasi unsere schwarze Box schon unsere weiße Box verschoben hat und unser Logo in die schwarze Box reinreicht. Hierfür brauchen wir jetzt als erstes von unserer Current Section wieder die Position und teilen die einfach durch unsere Höhe unseres Headers und nehmen die mal 100, sodass wir einen Prozentwert bekommen. Wenn ich das jetzt abspeichere und ich zum Beispiel unseren Prozentwert hier mal logge, dann sehen wir jetzt, wenn ich das bewege, dass wir aber teilweise viel höhere Prozentwerte bekommen und auch negative Prozentwerte bekommen, wenn wir zum Beispiel das ja auch mit den bisherigen Sections vergleichen. Das bedeutet, wir müssen zwei Conditions hier hinzufügen, die einmal dafür sorgt, wenn es kleiner als 0 ist, dann sage bitte, bleib einfach bei 0 und wenn es größer als 100 ist, dann bleibe bitte bei 100. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere und unser Logo gerade so ein ganz bisschen in die schwarze Box reinrutscht, dann seht ihr, dass wir eine Prozentzahl haben, die auf 0 geht, sobald unsere Box nicht mehr zu sehen ist im Header. Und sobald unsere Box aber hier unten sich über den Header bewegt, bleibt es bei 100 oder bei 0. Das heißt, wir haben uns schon mal einen wunderbaren Prozentfortschrittsbalken, der sich auch bei den folgenden Sections immer wieder wunderbar verhält. Das nächste, was wir jetzt also brauchen, ist den Offset zu berechnen, um unsere beiden Clipper zu bewegen. Hierfür sage ich jetzt eine weitere Funktion, nämlich Offset Logo und diese Funktion erwartet von uns einen Prozentwert, den wir berechnet haben und sagt jetzt, okay, wenn das Ganze schwarz ist, dann wollen wir gerne etwas machen. Und zwar greifen wir jetzt auf unsere vier verschiedenen Clipper zu und sagen zum Beispiel jetzt White Clip Outer, greifen hier auf unseren Style zu und hier benutzen wir das, die Style Property Transform. Und diese Transform Property erwartet jetzt von uns Translate Y, weil wir das auf der Y-Achse verschieben wollen und sagen, okay, auf der Y-Achse würden wir jetzt gerne Percent verschieben. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere und wir unser Logo hier mal inspizieren, sehe ich ja hier unsere Klasse White Clip Outer hier und wenn ich jetzt nach unten scrolle, sehen wir, dass unsere Translate Y 100 Prozent gesetzt wird, also unsere Zuweisung funktioniert. Und wenn ich jetzt runter scrolle, sehen wir, dass unser Logo sich verschiebt, also unser schwarzes Logo, was wir hier vorher hatten, verschiebt sich jetzt schon ein bisschen nach oben. Aber wir müssen das jetzt quasi auch noch negieren, dass wir das nicht nur nach oben verschieben, sondern auch gleichzeitig von unten. Das bedeutet, wir brauchen auch unseren Inner Clipper. Deswegen sage ich jetzt hier White Clip Inner Style Transform, benutze hier ebenfalls Style Transform, sage jetzt aber, ich würde es gerne einmal abziehen, speichere das Ganze ab. Und in dem Moment, wenn ich jetzt nach unten scrolle, sehen wir, dass unser schwarzes Logo sich schon wunderbar verschiebt, aber hier unten, dass es noch nicht in die Falt, also noch nicht wieder in die richtige Richtung geht. Also ich habe es quasi nur so gemacht, dass es jetzt hier sich richtig verschiebt in dem Moment, aber ich muss es auch für die schwarze Variante noch einmal genau umdrehen. Das heißt nämlich, dass wir hier sagen, unser Black Clip Outer wird sich nach oben verschieben um einen negativen 100 und hier unten genau umgedreht. Also das hier für Weiß und für Schwarz ist genau Spiegelverkehr zueinander, sodass man hier sagt Translate Minus 100 Minus Percent. Also wenn das sich hier oben um einen Prozent nach oben verschiebt, verschiebt sich das hier unten um 99 Prozent in die andere Richtung. Und das ist quasi genau das Gegenteil. Und was wir jetzt noch brauchen, damit das in beide Richtungen funktioniert, müssen wir uns das einmal kopieren, hier unten einfügen und das noch einmal komplett drehen. Was heißt, in dem Moment haben wir nicht hier unten den negativen Faktor, sondern hier oben. Das heißt, wir sagen hier 100 Minus und auch hier unten 100 Minus und hier unten haben wir Plus. Und was wir auch haben, ist hier das Minus geht weg und das geht genau hier hin, sodass das in beide Fälle einmal negativ verschoben wird und positiv. Wenn es halt schwarz oder hier unten weiß ist. Wenn ich jetzt das hier bewege, dann sehen wir, dass wir auf alle Elemente, unsere Clipper Elemente, dass wir die verschieben. Also dass man hier quasi sieht, wir haben unseren Clip Outer Black Transform Translate Minus 22,667 Prozent. Und hier unten unseren inneren Bereich verschieben wir aber gleichzeitig nach oben um 22,667 Bereich. Und hier unten ist genau das Spiegel verkehrt. Also dass das zusammen muss, dass 100 Prozent ergeben, aber halt genau spiegelverkehrt. Wenn das hier oben 77 Prozent ist, dann muss das hier unten negativ sein. Und wenn das oben negativ ist, muss das unten positiv sein. Wenn ich das nämlich jetzt hier bewege, dann sehen wir, dass unser Element immer wunderbar geklippt wird. Immer genau, wenn es diese Linie erreicht. Und das Schöne ist, dadurch, dass wir nicht mit einzelnen Elementen gearbeitet haben, könnte man theoretisch hier drin auch nicht nur ein Logo als SVG hinterlegen, sondern auch sowas wie ein Menü-Icon, verschiedene Schriften oder so etwas. Ihr müsst nur darauf achten, dass das, was innerhalb eures Clips ist, genau die spiegelverkehrte Farbe hat zu dem, was im anderen Clip ist. So, dass dieser Effekt hier richtig gut zu tragen kommt. Ihr könnt hier mal in die Videokommentare schreiben, was ihr damit umgesetzt habt oder verlinkt auch mal euer Projekt, was ihr mit so einem coolen Effekt machen wolltet. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Wenn ihr Fragen oder Probleme habt, findet ihr dort jede Menge Social Media Links, wo ihr mich erreichen könnt, aber auch Amazon Affiliate und andere Partnerseiten, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß.